In Reutlingen hat sich gestern der 11. Jugendgemeinderat konstituiert. Auf der Tagesordnung die Begrüßung durch die Oberbürgermeisterin Barbara Bosch, mit anschließender Verpflichtung der neuen Jugendgemeinderäten und Rätinnen. Anfang Februar sind die Wahlen abgehalten worden. Stimmkönig mit knapp 3.500 Stimmen wurde Max Seitz von der Peter-Ross-Säcker-Schule. Rund 12.800 Jugendliche waren zur Wahl aufgerufen. Ein Drittel hatte sich daran beteiligt.